Willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Wir dürfen jetzt nochmal uns mit der Wandmauer irgendwie freuen. Und ich werde als nächstes mal Gemach auf das Vieh machen. Angreifen ohne Ende. Stand da. Beschwören. Titan. Hilfreich. Schuriken soll man werfen können und Hast auf die Gruppe soll auch helfen. Mal gucken, ob ich das jetzt alles hier mal eben hinbekomme. Nebenbei. Tobsucht. Ich habe immer ein bisschen das Problem oder das Gefühl, wir machen nicht so viel Schaden, wie wir vielleicht machen könnten. Aber, hm. So, dann klopp mal drauf. Sehr schön. Kannst gleich wieder beschwören. Das war gut. Ähm. Wir machen nochmal wieder Gemach. Oder Hast auf... Auf Cecil wäre auch gut. Hey, Cecil möchte ich bitte... Und du springst wieder. Mal gucken, wie weit wir es schaffen diesmal. Mal gucken, wie weit wir es schaffen. Wo ist denn hier das doofe Gemach, Gemach, Gemach? Gemach hat keine Wirkung. Aber was soll man nehmen können? Dann war das vielleicht ein schlechter Tipp. Weiß ich auch nicht. Ich mach mal drauf. Äh. Hm. Krass. Gleich ist das Vieh wieder da. Oh nein, oh nein. Ich will es doch schaffen. Und ich kann die blöden Schuriken nicht werfen, weil ich Tobsucht gemacht habe auf Edge. Das ist blöd. Oh, der hat schon so viel wieder eingesteckt eigentlich, aber... Will einfach nicht stehen bleiben. Ich werde immer unterbrochen. Ist auch blöd. Ichibli. Söge. Ja. Da-da-da! Er macht aber auch nicht so viel, also der Edge macht gar nicht so viel Tobsucht-Angriff, wie ich eigentlich mir erhofft habe. Weiß gar nicht, wie ich jetzt noch mehr auf das Vieh draufkloppen soll. Muss doch irgendwann mal kleins, kleins liegen hier. Jetzt ist er schon da. Jetzt fängt er wahrscheinlich nach und nach an, uns wieder zu killen. Komm. Kannst direkt wieder beleben. Oh, sie ist zu steigen geworden. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Bitte nicht, Gridia. Oh Mann, die wollte doch gerade beschwören. So ein Scheiß. Soll er jetzt hier alleine loskämpfen, dann sind wir wieder hin. Warte, 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 warte. Die Goldnadel habe ich dann auch nicht mehr geschafft und Kane schafft es, glaube ich, auch nicht mehr alleine. Oder doch? Wahnsinn! Kane hat es geschafft mit seinem Sprung. Das war aber knapp, Leute. Wie immer in diesem Spiel. Echt. Wahnsinn. Gut gemacht, Kane. Wie mit versteinerte Rosa. Was hat er sich verdient, den Aufstieg? Dämonenwall besiegt. Errungenschaft bekommen. Geschafft. Ha, von so einer Wand lassen wir uns doch nicht den Schneid abkaufen. Äh, ja. Die war nicht so einfach, wenn ich das mal sagen darf. Und wieso macht sich mein Controller wieder selbstständig? Ich hasse das. Ähm, ja, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie mal so, ne? Einen reparierten Controller wäre vielleicht toll. Das wäre auch schön. Äh, ich mache mal kurz einen Cut und kümmere mich um meinen Controller. Bis gleich. So weit, so gut. Es geht Ihnen wieder gut. Achso, hier will ich ja auch gar nicht mehr hin. Gehen wir wieder zurück, ähm, mit unserem Stein, der Weisen. Versiegelte Höhle, Untergeschoss, 5 vollständig. Final Elixier bekommen. Das ist ja eine feine Sache mit dem Final Elixier. Das finde ich schön. Ähm, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal so'n, so'n, so'n Dingsbums mit. Lass mal schnell raus hier, oder? Wir haben doch was, wir wollen. Können wir jetzt nicht das benutzen? Wo ist es denn hier? Dieses, äh, raus hier Dingsbums. Abhautteil. Äh. Nutzt man das nicht hier? Oder benutzt man das nur am, am Speicherplatz? Das wäre natürlich auch blöd. Ne, 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 Flüße anlocken. Oh, wir können ja auch noch, äh, Lettie Fertigkeit anlocken. Ja. Hm. Wer soll denn das mal lernen? Weiß gar nicht. Wer, wer kann denn noch nicht so viel? Die Rosa könnte das vielleicht nochmal machen. Aber das lockt wahrscheinlich Gegner an, ne? Auf, auf, auf einen. Vielleicht ist Cain dann da ja der Richtige. Ich nehm mal Cain. Ja. Der Cain, der kann das jetzt auch. Und studieren haben wir auch noch. Wer will denn mal studieren lernen? Ähm. Das ist wahrscheinlich sowas, ist das sowas wie Analyse? Keine Ahnung. Ähm. Ähm, nehm, nehm. Ähm, nehm, nehm. Äh. Lydia wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ach komm, Lydia, die kann das auch mal lernen. Ja. So. Dann können die jetzt wieder neue tolle Sachen. Äh, ich würde gerne eigentlich gehen. Nee, nicht da gehen, da gehen. Muss ich jetzt den ganzen doofen Weg zurücklaufen? Wir haben doch, wir haben doch, wir haben doch. Haben wir nicht? Wir abhauen. Wo ist denn dieses... Und Tschüss-Teil? So heißt es doch immer bei Final Fantasy VIII, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Notausgang heißt es doch hier, genau. Wo ist denn dieser Notausgang? Notausgang. Ermöglicht der Gruppe die Flucht aus Labyrinthen. Wieso kann ich das jetzt hier nicht benutzen? Warum? Ja, dann werde ich einen Cut machen, weil wenn ich jetzt hier wieder rumlaufe, muss ich kämpfen. Also, bis gleich. So, da geht es auch schon weiter. Jetzt bin ich den ganzen Weg zurückgelaufen. Hab mich durchgekämpft. Sogar noch zwei Kissen gefunden mit so einem Kotetsu-Schwert für Cain. Und jetzt marschieren unsere Leute raus. Was? Cain, komm zu mir, Cain. Bring mir diesen Kristall. Golbes. Cain! Hör nicht auf ihn, sei stark! Keine Sorge. Ich bin... wieder ich selbst. Der Dunkelkristall wurde entwendet. Nein! Du Verräter! Cain, was tust du? Ihr unterschätzt meine Fähigkeiten. Ich hatte seine Leine geblockt. Was? Gelockert. Um jetzt wieder fest an ihr zu ziehen. Mit diesem letzten Kristall ist der Turm von Babel komplett. Ich werde zum Mond reisen können. Komm, Cain. Cain, komm zur Besinnung. Rosa, äh, Quatsch, äh... Ich werde die Stimme mal durcheinander kommen. Cain! Alle Kristalle sind nun versammelt. Der Weg zum Mond steht offen. Komm zurück! Ahahaha! Cain! Verflucht! Versiegelte Höhle Eingang. Ach, na toll. Ja, toll. Ja, super. So, auf den letzten Drücker nochmal schön einen reinbürgen. Es nervt ja noch nicht genug, dass ich nicht schon die ganze Zeit die Viecher besiegt habe. Wirklich. Um bis hierhin zurück zu latschen, vor allem. Bin mir mit diesem Notausgangsprinzip auch immer noch nicht klar, ey. Bezu das gut ist, wenn man das gerade nicht benutzen kann. Aber okay. So, eine Fledermaus ist schon mal tot. Das ist schön. Ohne Cain merkt man halt auch wieder, dass er enorm stark ist. Es geht halt mit ihm wesentlich schneller. Aber gut. So ist das. Dafür bin ich ordentlich gut trainiert hier mit den Leuten. Und als erstes speichere ich natürlich. Also wenn ich schon mal rauskomme, dann bitte, bitte speichern. Wo geht es jetzt hin? Ich würde sagen, zum Zwergenkönig zurück. Vorher würde ich aber gerne ein bisschen was einkaufen gehen. Wenn es denn geht, weil uns sind ordentlich Sachen ausgegangen. Kann das natürlich auch offline machen. Aber komm, geht mal alle Penn hier. Habt ihr euch verdient nach der ganzen Höhle, dass die einmal schlafen gehen? Hab Hütte und Zelt in der Höhle verbraucht. Aber vor allem auch wieder Phönixfedern und so. Ach ja, das geht ja immer doch schnell. Bei euch was kaufen kann man nicht, oder? Wie war das? Ist doch ein Inladen, oder muss ich das nicht? Das muss ich da drüben beim Krämer machen wahrscheinlich. Dann gehen wir zu dem auch nochmal. Reinspaziert. Ach, der hat ja nur so ein Kram, stimmt. Der hat ja irgendwie gar nicht so wirklich anderes Zeugs. Wir haben uns nämlich diesmal vor dem Kämpfen auch gar nicht ausgestattet damit gehabt. So mit Phönixfedern und so. Also ich hab mit all dem, was ich so noch hatte, das hab ich alles verbraucht. Oga-Töter haben wir sogar noch, oder? Nee, haben wir nicht. Aber er soll das auch gar nicht benutzen. Ich find das nach wie vor irgendwie nicht so passend. Und das sind diese Schuriken. Davon kaufe ich nochmal welche, weil, äh, wenn man gar nicht gegen diese Mauer kämpfen sollte, dann kann es ja vielleicht für einen anderen Kampf nicht schaden. Dann können wir das mit Edge mal werfen, das Zeug. Ähm, was hat der noch hier? Irgendwas konnten wir uns doch noch nicht leisten. Das Diamantenschild, äh, war's das? Aber wir haben das gar nicht. Im Inventar nicht und nicht angelegt. Es scheint mir sogar das Beste zu sein. Ja, gut, dann kaufe ich das mal. Wunderbar. Können wir das gleich mal ausrüsten? Fizzle. Dizzle. Eisschild. Diamantenschild. Ja, das sieht doch schon gleich viel besser aus hier. Gute Ausrüstung. Und dann können wir rausgehen. Wir fehlen, wie gesagt, nach wie vor Phönixfedern und so, aber ist jetzt auch nicht so, als hätten wir gar nichts mehr im Inventar. Von daher fliege ich mal zurück zu den Zwergenleuten, äh, die irgendwo da sein müssen. Mach mal hier, kann man die Karte hier auch irgendwie ein bisschen kompletter machen? Nicht, dass hier noch irgendwas ist, was man übersehen hat? Ich gehe erst mal zurück hier, oder? Ich bin noch nicht viel besser. Wehe, ich muss jetzt kämpfen. Ich will nicht kämpfen hier auf dem Weg. Ja, dankeschön. Wir gehen erst mal zurück. Wir haben den blöden Dunkelkristall schon wieder verloren. Das gibt's nicht. Also irgendwie denkt sich der Zwergenkönig doch jetzt auch langsam mal, ähm... Leute, seid ihr überhaupt so irgendwas zu gebrauchen? Oh, ihr seid zurück. Ich darf annehmen mit dem letzten Kristall. Wir hatten leider kein Glück. Oh je, dann hat er jetzt also alle. Somit verbleiben uns keine Möglichkeiten mehr, es sei denn, die Legende vom Mondwal bewahrheitet sich. Mondwal? Ein großartiges Schiff, welches in längst vergangenen Tagen gebaut worden sein soll. Es gibt da eine Legende, geboren aus dem Drachenschlund. So beginnt auch die Legende von Mysidia. Ihr kennt Mysidia? Ein Ort auf der Oberwelt, in dem nur Magier leben. Ihr wollt damit sagen, Mysidia gibt es wirklich? Gewiss, und der Älteste von Mysidia hat sich in den Turm der Gebete zurückgezogen, wo er auch jetzt für uns betet. Der Älteste betet? Will er vielleicht... Will er vielleicht den Mondwall erwecken? Ja, das muss es sein. Wir müssen daran glauben. Mysidia ist die Antwort. Ihr müsst sofort nach Mysidia reisen. Aber der Weg nach oben ist jetzt versperrt. Und wir können uns auch dem Turm von Babel nicht mehr nähern. Nicht jetzt, wo alle Kristalle versammelt sind. Also ihr könnt wirklich froh sein, mich zu haben. Ich bringe einen Bohrkopf am Bug des Falken an. Damit können wir uns durch das Felsgeröll graben, das den Weg nach oben versperrt. Aber sind denn deine Wunden verheilt? Wir haben jetzt wirklich wichtigere Sorgen als ein paar Kratzer an meinem alten Körper. Und du schaffst das wirklich? Überlass das mal mir, Junge. Ich schaff alles. An die Arbeit. Ach, der Sid, der ist cool. Es ist toll, dass der wieder da ist. Ja, ja, den gibt es ja in jedem Final Fantasy Teil. Ohne Sid, der ist auch nicht Final Fantasy. Der Sid, der macht das schon, ne? Zackern die sich da einen ab. Oh, Rudeus steht da so ein bisschen einfach nur verplanen. Oh nein, Sid. Er ist doch noch nicht ganz fit, was? Sid. Sid. Weil du dich immer über anstrengst. Es scheint wirklich so, als sollte ich langsam Jüngeren das Feld überlassen. In meiner Verfassung vollbringe ich außer Mechaniker arbeiten ohnehin nichts Großes mehr. Wirklich, Alter. Dir kann man echt nicht beikommen. Werde schnell wieder gesund. Passt mir ja gut auf Cecil und Rosa auf, hört ihr. Aber sicher, du kurier dich hier schön aus. Cecil, Rosa, gebt auf euch acht. Du auch, Sid. Geht jetzt. Ihr könnt es euch nicht leisten, hier eure Zeit mit einem alten Mann zu verschwenden. Danke für alles, Sid. So, achso, wir können wieder steuern. Ihr kommt schon ohne mich zurecht. Wenn ihr mich vermisst, tut einfach so, als wäre ich das Schiff. Ach, süß. So. Dann gehen wir mal. Noch was sagen? Er ist ein Genie. Ja, ja. Er ist ein Genie. Dann gehen wir jetzt einfach raus, oder was? Und dann können wir nach Missidia fliegen. War hier noch was? Nein. Äh, das wäre schön. So. Waffenschmied und Plattner. Ich glaube, wir müssen hier raus. Eigentlich wäre, wie gesagt, äh, Phönixfedern noch ganz cool. Ich sehe ihn nicht auch. Ja, hier ist er doch, dieser Laden. Reinspaziert. High Potions. Ja, immer her damit. Die brauchen wir nämlich auch, wenn alles andere nicht mehr geht. Phönixfedern. So, 20 Stück. Das ist wieder gut 27. Da sind wir erstmal ausgestattet mit. Noch 5, 6 Hütten. All Heilmittel geht. Kruzifix und Fluch auf. Davon haben wir nur 9. Komm. Nehmen wir noch dazu. Gerade im Angebot. Was war hier bei dieser? Haben die alle dasselbe? Nee. Die haben auch noch das Zeugs. Brauchen wir davon irgendwas? Notausgang. Da ist er wieder. Ja. Hat ja gut geholfen. Und hier können wir auch pennen. Kostet aber mehr als, äh, woanders. Wo wir gerade eben waren. Dann wollen wir nicht. Dann bin ich ja jetzt wieder ausgestattet. Das ist schön. Äh. Raus mit euch. Ähm. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz wohin. Achso. Vielleicht einmal nochmal speichern. Oder, oder, oder nicht. Oder doch. Oder. Hm. Wo soll es denn jetzt mal hingehen? Wir sollen dann nach oben. Sollen wir jetzt hier hin? Was ist hier überhaupt? Können wir jetzt nach oben fliegen? Wir haben da jetzt hier rumgebastelt. Und, äh. Und nun? Nee. Guck mal. Hier ist doch noch was. Sehe ich das richtig? Hier haben wir was übersehen. Hier ist ein Eingang. Vielleicht sollen wir ja hier hin. Das wäre doch schön. Dann speichern wir mal. Einmal, einmal so einen Blick reinwerfen. Das wäre doch noch nice, oder? Einmal reingehen. Ach, schön. Höhle der Sylphen. Untergeschoss 1. Das sieht ja sehr interessant aus, Leute. Ich bin gespannt, was hier auf uns wartet im nächsten Part von Final Fantasy 4. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Bis dann.